Kann ich jetzt weiter? Dankeschön. Ne, wo sind wir? Achso, wir sind bei seinem Kollegen da, denn wir sind ja kämpfen jetzt. Soll ich mal gucken, wo lang müssen wir? Den Kampf habe ich ja komplett verdrängt. Hier hängt eine Woods. Von hier komme ich. Ich glaube da hinten geht es runter. Da geht es runter. Ich muss gucken, wie man was macht. Hä, da geht der jetzt auch nicht runter. Er muss dann doch da hinten runter, die Treppe. Oh, ich will eigentlich nicht gegen den Typen kämpfen, den dicken. Doch, hier geht es auch runter. Aber hier bin ich dann doch näher dran. Ne. Wait. Doch, ich muss da hinten runter. Doch mal ein bisschen schneller. Wait a minute. Wohin muss ich eigentlich? Ja, wo wir nicht gespielt haben? Keine Ahnung mehr. Hier muss er noch irgendwo? Hier ist das Speichern. Da geht es zurück. Da will ich nicht hin. Da war nicht das Speichern. Das ist doof. Da wäre nur ein Raum. So weit, so unklar. Ich muss da auf die andere Seite. Da ist doch dieser Fahrstuhl. Schon oben. Hä, geht es doch da hinten irgendwo runter? Da ist die Treppe. Ich muss schon mal hoch. Da haben wir gespeichert. Da hinten ist die Treppe. Da kam ich doch eben nicht hin. Ne. Soll ich da runter einfach springen? Ich will dann später Gedanken machen, wie ich dann wieder rauskomme. Ja, über den Fahrstuhl wahrscheinlich. Ja doch, über den Fahrstuhl komme ich dann wieder hoch wahrscheinlich. Dann werden wir hier runterspringen. Ich habe nur einen Plan. Ich kenne ihn noch nicht, aber ich habe nur einen Plan. Na hier. Habe ich irgendwas schon? Messer, Kraut? Ne, sieht nix nach Batterie aus. Ich weiß, da kommt er raus. Da ist noch eine Kiste. Die landen hier noch dritten, die bewegen sich nicht so. Willst du es bitte? Danke. Taps, 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 Taps. Ah, da ist die Batterie. Ich trau ihm nicht. Einer von denen wird auf jeden Fall noch in den Fluch fliegen. Dann kriege ich Drogen wieder. Wie ist das doch? Wollt ihr denn schon mit Lautsprecher? Ne, haben wir nicht. Okay. So, jetzt holen wir die Batterie rein. Ne, vielleicht nicht das Messer. Ah, wir nehmen das. Nur ist die Batterie da oben. Ich muss sagen, geht doch die Kollege. Also wird mal irgendwas bei dem nicht explodieren. Ladies und Gentlemen, Jungen und Mädchen, Willkommen beim Scheidenkamm. Jetzt habe ich eigentlich meine Wien zu bekommen. Keine schutzigen Tricks, Gentlemen. Wir haben Regeln. Äh, gut. Du mich auch. Nein. Nachbar los. Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst, mach dich erst zum Mann, Ethan. Das muss weh tun. Nein. Lebst du noch? Ja, lebst du noch. Ja, lebst du noch. Ich weiß wirklich nicht, was ich hier zu sagen soll. Nein, ich hätte eigentlich alles. Komm. Ich hab's doch lieb. Ich hab's doch lieb. Ich kochen ganz dringend eine Freundin. Fedsack ist tot. Fedsack ist tot. Hey. War doch gar nicht so nett. Er ist noch nicht mein Favorit. Netter Kerl. Man muss den aber lieb haben. Ich wechsle ihn doch lieber zur Pistole. Mal nachwärmen. Ditsch. Funktion... ach so. Funktionierst du ja. Holen muss ich da unten nichts. Nee. Musst du den Typen besuchen. Ja, mach auf. Ach so. Hätte ich mir ja denken können. Hier muss dann auch irgendwo das Passwort sein. Okay, ist nur ein Kabel. Keine Bomben-Schnur. Mal einen Kaffee-Klatsch. Kann man da was mitnehmen? Dann komm ich nicht rein. Tschüss. Was haben wir hier? Flüssiges Chemie. Ein paar Bücher. Was haben wir denn da Gutes? You killed him. Okay. They killed him. Sie haben ihn getötet. Trust Rider. Keine Ahnung. Photojournalism. Na, Photojournalism. Ja, ja, okay. Ein paar Bücher. Ach so. Hallo, Kollege. Ja. Bist du noch lebendig? Ich glaube nicht. Du bist der Nächste. Es war ja 1408. Geh'n die Münze mit, danke. Ich glaube nicht, das war die Nummer, die ich eingeben muss. 1408. Ja, jetzt war die richtige! Mach auf die Tür, mach auf! Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten! Also nicht schubbeln! Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg! Du kannst auch nicht mogeln und wiederholen, dann macht er die Tür zu! So, jetzt hab ich nix mehr, Kollege! Wo kommst du eigentlich her? Wo hast du dich versteckt? Finde ich nie nett von dir, lass mich wieder raus! Ich löse halt ein blödes Rätsel! Ich muss überlegen, wie rum war das? Ich brauch erst mal... würdest du? Ah, du startest noch nicht! Ich muss erst den Kuchen sehen, bevor es losgeht! Das darf ich nicht rausziehen! In Ordnung! Was willst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken! Leck mich am Arsch! Finde ich auch! Wir haben Kinder! Im Gebäude! Irgendwo! Glaube ich! Ja! Bin mir nicht mehr sicher! Gut, dass du dir nicht sicher bist, ob wir Kinder in der Nähe sind! Oh komm! Hier, du musst deine Geräte auch pflegen, die funktionieren nicht! Danke! Mir geht's puzzelig, weil der Ofen nicht angeht, weil Lukas nicht aufgepasst hat! So! Ich hole mir erst mal das Röhrchen wieder hier raus! Ich hätte die Kerze nicht direkt anmachen sollen! Egal! Hier kommt was rein! Wo ist es raus? Ja, das funktioniert ja nicht, einfach nur sicherheitshalber! Gut, aber auch nix! Immer erst mal den Quatsch, den ich mit der Kerze machen kann und muss! Bevor ich sie wieder ausmache, weil ich hier aufgepasst habe! Ich muss nämlich erst mal hier rein! Kerze! Na komm, mach auf! Das ist nur ein Bann! Gehen wir hier! Oh, da! Das müsste ja das gleiche Wort sein! Oh meinst du! Das ist ja das gleiche Wort sein! Oh meinst du! Das ist ja das gleiche! Oh meinst du! Und das ist ja das gleiche! Wir brauchen uns den Gaggang mit dem Heriand. Was haben wir hier, achso, Hangman, Grabstein, Fötus, okay. Was machen wir denn, Hangman, Grabstein, aber wo drüber? Einfach nur gucken, aber da müsste ja auch das gleiche drinnen sein. Den hier, weil der arme Kerl hat jetzt schon echt genug durchgemacht, der muss sich jetzt auch nicht noch ein freiwilliges Tattoo stellen lassen. Ich will die Puppe trotzdem mal verbrennen. Wir können die auch gar nicht benutzen, weil wir sollten vielleicht nicht das Stäckchen aus dem Öl rausziehen. Aber ich will trotzdem... Macht er nicht. Okay, weil ich Kerl jetzt schon angezündet habe. Dann halt nicht. Wäre aber nicht nötig gewesen. Du weißt, dass die Bombe explodiert. Wieso bleibst du davor stehen? Dann gehst du zurück! Dann gehst du zurück! Was hast du gemacht? Du solltest doch drauf gehen! Tup 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 tup. Tschüss. Weil das ja auch viel bringt. Jetzt geh aber weg. Komm. Nimm uns in Sicherheit. Hier mal da spazieren. Dann macht's Pum irgendwann. Dann hat's Pum gemacht. Der kommt jetzt raus. Die war für dich vor Gesicht verdammt nochmal! Fangen wir uns das Loch mal angucken. Ne, da war gar kein Loch, oder? Ah, da ist noch ein Weg. Kann ich hier lang gehen? Ja, halt mal kurz die Luft an. Ach, da war Lukas. Wann haben wir hier? Haben wir hier irgendwie fersprechend dazu? Wieso auch? Ja, hier ging's ja weiter. Mia! Mia! Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steak. Wir sind vor dem Raum da. Beeil dich! Wo ich nun? Hi! Was willst du verdammt? Dich? Tod? Da kriegst du ja rein. Schätze, das ist nicht drin. Noch nicht. Nicht glücklicher. Schau. Solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh. Das wäre zu viel verraten, Ethan. Ich mag keine Spaßverderber. Arsch. Das ist mal so ne Ansichtssache, wer hier wem den Spaß verdippt. Nur, dass er den einfach nicht mitgenommen hat. Wir nehmen unser... Achso, wir müssen... Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Um, blick? Bis zum nächsten Mal.